Guten Tag, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Persona 5. Nach der letzten Folge, die ja nur leider fast ein bisschen arschlos war, weil ich es leider dann am Ende doch nicht mehr geschafft habe, bei Yifumi noch auf Stufe 10 im Confident ranzukommen, werden wir heute die Calling Card senden. Da ist ein bisschen schade, dass das dann am Schluss nicht mehr geklappt hat. Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken. Beziehungsweise nein, ich gucke noch nicht. Mache ich gleich. Wir schicken erst mal die Calling Card. Weil ja, ist leider so, wir haben nur zwei Tage Zeit und ich habe mich extra noch mal versichert, um sicherzugehen, dass ich nicht doch vielleicht noch einen Tag Zeit habe. Nein, leider nicht. Deswegen, die Option hier ist logisch, ne? Ein Tag, um jetzt die Calling Card zu senden und dann morgen der eine Tag, der letzte vor der Deadline, um das Herz zu stehlen. Und ich bin so gut vorbereitet, wie ich kann. Wie gesagt, es bringt jetzt eh nicht mehr viel, drüber nachzudenken. Ich habe eigentlich bei allen die beste Ausrüstung, die ich zurzeit kaufen kann. Und ich vertraue auch meinen Fähigkeiten. Wenn ich es gegen Akechi geschafft habe, dann schaffe ich es auch gegen Shido. Ich weiß übrigens auch gar nicht so wirklich, ob wir das diese Folge noch schaffen. Na ja, mal gucken. Ja, Futaba hatte doch irgendwie, äh... Ja, fragen wir doch zwei. Wir haben gerade gesagt, das wird nicht funktionieren. Ähm, Futaba-chan? Mein Futaba-Kanon ist bereit. Huh? Hat sie doch. Wieso denn jetzt eigentlich Trick und Geheimhaltung? Sie hat doch offen gesagt, dass sie was plant, oder habe das jetzt nur ich mitbekommen und kein anderer? Wieso? Seitdem der junge Manns, das in der Leaden des Phantom Thieves, sterben während dem Verkaufeln, die Polizei hat offiziellement announced, dass diese Kliniken umkannend sind. Und dass alle, dass die Frieden im Leben wiederholt werden... Oh! 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 What ist auf, Freunde? Wir sind diejenigen, die ihr alle kennt, die Phantom Thieves. Und alle von uns sind жив und kinkin. Aber diese Scheiße sind in der Macht. Sie haben manipuliert die Informationen, um zu versuchen, die Wahrheit zu schützen. Was ist das? Woher kommt es? Ich weiß nicht, wir können es nicht auswählen. Es scheint, dass wir uns nicht die Einflusschrauben sind. Also, bevor wir die nächsten Anwalt haben, möchten wir, zuerst, aufzuhören Ihre Zeit. Was ist das? 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 Ohne Worte. Ein Mensch hinter allen Einflusschritten, einfach um seine eigene Kindheit zu schützen. Das ist das wirklich? Das Mann hat Angst, dass seine Kliegenze von sich verabschiedet und die Anwalt auf uns. Er hat sogar das auch durch die Polizei manipuliert. Wir schäben nur die Hörstlichen Kriminalfe. Dieser Mann hat versucht, das er auf uns auf uns getan hat! Das zeigt, dass er nicht die Anwalt an den Anwalt auf uns handelt! Stop it! Shut everything down! The identity of that Cowboy Man is... What the hell is getting good? Ooh, the police reacted much faster than I thought. Too bad! I win! The man behind it all is a current cabinet member of all things. The Minister of State for Special Missions, Masayoshi Shida! I can't believe it! Everything that guy says is a lie. And to prove that... Look! As you can see, all of us are alive and kicking! I'm sure the people investigating us can tell if this is a lie or not. Shida himself will soon confess all the crimes that he committed. You think it's some kind of prank? Look forward to it, everyone! No way. Could this be real? Don't block the road, people! Hey, what's going on? We're not gonna sit back and watch some crook wreck this country just cause of this goddamn ego! Ain't that right, leader? Hey! We can see his face! Yes! Before that happens, we will take this country! Hello? Yes, yes. We're looking into it now. Please, if you would so kindly... Very well. Trust them beneath my heel! I must say, that was cool! Did the remaining members put that notice out? What did they mean when they said nobody has died? Could they have installed a new leader just to threaten us and Shido? We're going to check with the different departments! Excuse me. Yes? What? How can that be? The Phantom Thief's corpse seems to be missing from the morgue! Didn't your man check the death certificate and carry your documents? Yes, but... Give me a straight answer! Perhaps this Phantom Thief tricked us with his bizarre powers! Maybe... He just... Think he had died. Who made those documents? Who was there at the scene of the suicide? Das habt ihr jetzt erst rausgefunden! Das war jetzt ein ganzer Monat, den ich verbracht habe, um Shidos Palast zu infiltrieren. Er hat jetzt rausgefunden, dass es keine Leiche gibt. And what about a catchy? Where did that useless brat go? Das sind die dümmsten Bösewichte seit den Mass Effect. Jetzt mal ohne Wissen. He must have run away knowing he failed! Bring him here when you find him! Got that? I'll erase any who gets in my way. Just as I've always done. Oh, das ist also sein Schatten-Ich. Interessant. Ja, das war tatsächlich bisher auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir in einem Palast den... die Schattenvariante unseres Ziels vorher nicht gesehen haben, oder? Bei allen anderen haben wir... woher ist das Phantom Thiefs Body? Ich überlege gerade, ja! Bei allen anderen Palästen... haben wir praktisch unser Ziel vorher schon mal irgendwie gesehen, aber dieses Mal nicht. Shido hat sich bisher immer zurückgehalten. Phantom Thief? Body? Body? Das ist nicht die Zeit für die Spiele! Um, ich wirklich nicht weiß, was du sprachst. Oh, aber das mich erinnert. Ich habe eine Karte von den Phantom Thiefs. Aber alles von dann an ist ein Blur. Nein. Also... Could I have done something wrong? Then I... Hey! Did the Phantom Thiefs get to her? Don't tell me. Was your heart... Could this be true, Nijima? What have I done? The Phantom Thief! He's alive! Even so, how did he escape from the station? It doesn't matter! We must catch him! We can't let this get out. Not only was the suicide announcement false, but he got away on top of that! We'll have to interrogate you. As a key witness. Why me? Check the documents you created. You may remember something once you look at them. But even if you can't recall, all responsibility for his escape rests squarely on your shoulders. I'm sorry, I honestly don't know what's going on. You're the last person to talk to that Phantom Thief. You have to clean up your boss's mess. If you're going to resent someone, resent your dead director! Is illness really what killed him? Do you think his death was truly due to illness? That doesn't matter. Your actions have made a mockery of the police force. You're going to pay for this. I promise. Very well. It's all up to you now everyone. Ja, ich weiß schon. Mach mir bloß keinen Druck. Police officials are said to be currently reviewing the facts of the Phantom Thieves' notice, and... Welcome. Search the place. You're Sojuro Sakura, yes? Who the hell are you? Where are the Phantom Thieves? Oh, you mean those guys they've been talking about on TV? Don't play dumb with me. This is obstruction of business, you know. We've investigated this thoroughly. Is this the only way you do things? They're not upstairs! Where are the Phantom Thieves? If you're not a customer, I'm gonna have to ask you to leave. He's an accomplice. Take him away. Don't get all cocky. You're just some useless criminals' lapdog. Justice isn't on your side. The Phantom Thieves' moment is, you know, I'm ready to go. I'm gonna have to go. I know, this is the only way you can move forward. The Phantom Thieves' moment is absolutely no groundless. It's nothing more than a wicked terrorist act, aimed at obstructing the election. What we need now is a powerful, unyielding leader. I'm willing to risk my life, to fight them. Welcher ist richtig? Shido oder die Phantom Thieves? Ich höre, was Shido-san sagt, aber ist das wahr? Ich spreche jetzt mit denjenigen, die sich Phantom Thieves nennen. Seine Aktionen sind schrecklich ernsthaft. Sie sind gegen die Regeln dieser Lande, und gar nicht wahrzunehmen zwischen ihren Bürgern. Ich kenne auf Sie, sich selbst einmal anzunehmen und entschuldigen den Menschen dieser stolzen Nation. Die Phantom Thieves haben ein live Broadcast-Signal, nicht wahr? Sie sind verrückt! Und unser Anführer am Leben ist. Daraufhin haben die es dann auch langsam gemerkt. Wurde ja auch echt langsamer Zeit. Und ja, jetzt gibt Shido wieder seine Masche von wegen Ich bin der einzig wahre Anführer für dieses Land und die Phantom Thieves sind alles nur Terroristen. Ich fordere, die auf sich zu stellen. Blablablab. Warum habe ich das so gesagt? Das ist nicht mal seine Stimme. Ach was. Was habe ich jetzt gedrückt? Entschuldigung. Oh, ich weiß nicht mehr, was zu glauben. Ich hoffe, dass sie bald sehen werden. Dieser Scheiße, Shido versucht, sich ganz ruhig zu tun. Aber er ist wahrscheinlich auf der Inseite verrückt. Entschuldigung? Das ist ziemlich lustig. Wer ist hier der echte Kriminein? Tja. Als ich übrigens am Anfang sagte, ich weiß gar nicht so wirklich, ob wir das mit dem Boss noch schaffen, meine ich, das habe ich das ernst gemeint. Es sind jetzt 13, 14 Minuten sind wir jetzt. Ich glaube, äh ja, ich glaube der Boss, der eigentliche Bosskampf wird ein bisschen zu lang. Ja, da kannst du auch stolz drauf sein, meine Hübsche. Alles, was sie tun, ist zu schlafen. Gerne. Sie sollten einfach nach Hause und schlafen. Auch nach dem, was passiert. Nicht viele Leute wollen, dass Shido eine Veränderung des Herzens haben. Was wir jetzt machen, ist nur... Genau? Das... Ganz kleine Sekunde. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Die geben mir jetzt nicht schon wieder... Nach... Nach sieben Palästen geben die mir nicht schon wieder die scheiß Zweiflernummer, oder? Nach sieben Palästen immer noch? Ist das, was wir hier machen, richtig? Ne, wir haben ja auch nur einen Monat drauf hingearbeitet. Vor fünf Minuten wart ihr alle noch voll Feuer und Flamme für die Sache. Jetzt auf einmal... Machen wir hier echt das Richtige? Ich klatsch dir gleich, boah Mädel. Ah nein, ich schlaue keine Frauen. Ja, es ist alles gut. Hör auf rum zu heulen. Du hast einen Punkt. Danke. Hey, schau da drüben! Ich dachte, er würde eigentlich nach Masayoshi Shido gehen. Die Jugendliche ist unglaublich. Übrigens, das ist Oya. Sie ist die Devil Arcana. Also auch ein Confident, mit dem ich während des gesamten Spiels keinerlei Zeit verbracht habe. Eigentlich, ich habe nicht mal ihren Confident freigeschalten. Das ist wirklich ein kleines bisschen... Ja. Die habe ich komplett ignoriert. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich war die halt wirklich so vergesslich, dass ich... Ja. Ich... Die... Die... Die habe ich einfach nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Die haben wir bei Madara mit damals kennengelernt und danach nie wieder ein Wort mit ihr geredet. Das macht mich auch aufregend. Dieser Junge wirklich hält die Nachrichten. Sie sieht nicht, dass wir hier sind, richtig? Dieser künstlerische Journalist weiß, dass es eine Kraft zu sein. Mishima? Wow! Warum ist Mishima hier? Mann, das Kind ist unglaublich. Die Phantom Thieves sind einfach... Ich guarantee es. Ha! Das ist, was ich mag hören. Es kann nicht viele von ihnen sein, aber wir müssen unsere Fans erinnern. Lass uns die Shiro's Herz ändern. Oh ja, so sieht's aus. Ja, wie gesagt. Alleine deswegen lohnt sich's für mich eigentlich schon, das Spiel nochmal selber durchzuspielen. Hey, wasn't there a rumor going around that the Phantom Thieves were murdering people? I knew there were no good the moment that stuff came up. I bet they're just a bunch... Oh, I see. That's scary. They just don't get it. Hm. Euch ist doch wohl auch klar, dass das... Ja. Also das ist definitiv... Das läuft jetzt definitiv aufs Finale des Spiels zu. So, jetzt ist die Frage. Danke. Wir sind jetzt bei... Wir sind jetzt bei 17 Minuten. Äh... Äh... Na, ganz kleinen Moment. Gucken wir doch nochmal hier ganz kurz. Also... Prison Master und Morgana Stufe 9. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die beiden im Laufe der Story noch auf 10 kommen. Genauso wie die von Akechi. Mit Makoto und Yusuke... Alter, mit denen haben wir eigentlich so gut wie auch kaum Zeit verbracht. Mit Ahn... Doch ziemlich viel. Am Ende hat's nicht mehr für Rang 10 gereicht. Nicht mal für Rang 9. Mit Ryuji... Ja, ging so. Wir waren gute Freunde, könnte man sagen. Recht gute Freunde. Mit ihr auch. Ähm... Mit dem Waffendealer... Ja, haben wir auch nicht so viel gemacht. Mit Kawakami... Geht... Da haben wir auch zumindest ein paar Sachen über sie rausgefunden. Mit dem kleinen Jungen... Ja, auch nicht so wirklich viel. HeForMe... Das ist nach wie vor für mich echt das größte Ärgernis. Dass es bei der nicht mehr für Rang 10 dann am Ende gereicht hat. Alter... Mit Mishima hätte ich eigentlich auch mehr abhängen sollen. Der war eigentlich auch von Anfang an für uns da. Das ärgert mich auch. Da war dann halt irgendwann so eine Deadline, von der mir keiner was gesagt hat vorüber und ich konnte nichts mehr mit dem machen. Und mit Sai haben wir definitiv Rang 10. Genauso wie mit denen. Also insgesamt haben wir... Mit eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Mit sechs Leuten. Haben wir Rang 10 erreicht beim Confident Rang? Na gut. Wie gesagt, ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass ich mit den anderen nicht mehr Zeit verbracht hätte. Eigentlich hätte es sich so gehört. Jetzt aber nochmal zu der Frage. Äh... Eigentlich lohnt es sich echt nicht mehr. Wir sind jetzt bei 19 Minuten, auch weil ich jetzt nochmal so viel rumgelabert habe. Ich würde mal sagen, ihr seid mir bitte nicht böse. Okay? Ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt an der Stelle schon mal Schluss mache. Weil es lohnt sich echt nicht mehr. Ich werde den Boss nicht in 10 Minuten schaffen. Wer weiß, wie viel Gelabere da vorher noch kommt und... Deswegen machen wir heute mal an der Stelle schon Schluss. Jetzt haben wir zumindest die coole Szene gesehen, in der Futaba Shido die Calling Card geschickt hat. Echt jetzt mal, ich will einen kompletten Anime davon. Ich will einen kompletten Persona-Anime. Muss nicht die Story sein. Kann einfach nur im Persona-Universum spielen von mir aus. Aber ich will... Ich hätte gerne ein Anime davon. Das wäre schon echt krass. Naja. Nächste Folge dann. Shido. Boss. Wahrscheinlich Finale des Spiels. Fühlt sich zumindest gerade ein kleines bisschen so an. Lasst mir bitte noch eine Bewertung da. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein! Mattia! amaan Untertitelung. BR 2018